ja einheit verloren ist mir gerade relativ ich muss erst mal ein bisschen hier auf dem vordermann kommen so ihr geht alle mal da rein fix flugbank aktion einheit aufhalten dass das paladin nicht und eine zweite reparatur noch mal so ihr kommt jetzt erst mal ein bisschen dichter das ist meine reparation soweit haben wir das alles schon mal gesichert ist sehr gut als nächstes möchte ich darum eigentlich ein paar dinge reinschicken deswegen habe ich ja auch schon ein bisschen produziert dass wir denn das dieren da reingehen können so ich habe hier doch noch garantiert da habe ich soldaten sehr gut da ist mein dingens kann ich meine baukosten noch mal ja verringern einsatz truppen sind eingetroffen ist sehr gut sind zwar jetzt auch nicht optimal das was ich brauchen strategiezentrum ist schon mal sehr gut da habe ich genug kohle für und ich werde noch das brauche ich nicht ich habe jetzt gerade überlegten dingen zu bauen aber das war ehrlich gesagt nicht einheit verlor das ding werden wir reparieren wir wollen mich verarschen machen wir halt so holen wir uns halt so den scheiß infiltrator weg naja geht doch so ihr geht da rein wir holen uns halt trotzdem noch was und zwei sniper nach panzer 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 haben sie übernommen jawohl haben sie übernommen sehr gut als nächstes gehen wir mal da drauf habe ich mir noch irgend so ein bulldozer zu stehen ja du mach mal das ding heil so jetzt können wir nämlich ein paar panzer nach produzieren weil die eblie geworden sind ja ist ja okay ich bin ja bei guck mal wie ich bei bin man ich muss halt bloß bisschen weiter immer vorwärts rücken und nicht irgendwie stagnieren das ist eigentlich großer fehler ich krieg erst mal die ganze reparatur plattform nein 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 ja sehr gut sehr scheiße man wir haben hier so viel rotz was hier noch ist okay soweit so gut scheinbar so zack okay echt soweit so gut scheinbar ist ja alles frei jetzt aber wenn die mir einen nach dem anderen also einen ölbohr turm nach dem anderen kaputt machen habe ich ehrlich gesagt keine chance überhaupt irgendwas noch zu reißen eventuell wird der jetzt genau kann weiß ich selber nicht meine ganzen panzer die ich jetzt noch produziert kriegen jetzt erst mal eine drohne und gehen da rein ihr habt ja noch ein genug da drin da sind noch genug panzer da kommen jetzt noch meine beiden sniper mit rein ja komm 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 sehr gut als nächstes möchte ich die die geschützt also die artillerie stellung da übernehmen das ist dann hinhaut das wird so ein tricks ding warum der jetzt wieder abhaut ich habe keine ahnung du dahin einheit verloren bitte was okay scheinbar so ein ding ist da reingefahren also ja super zahl ist doch noch ein scotch dumm an start oder was jawohl der wird mir aber angezeigt zack das problem ist der wird mir zwar angezeigt aber ich komme da nicht so schnell hin glaube ich die zerstörung des ibg stützpunkt ist in diesem sektor hat jaha ist doch okay ja habe ich verstanden habe ich begriffen alles klar geht los so jetzt muikio was noch mehr dinge kaputt gegangen wir können doch gar nicht so viel mehr haben oh man oh man oh man oh man man ich muss echt so behindert nach produzieren na komm also die lassen wir jetzt einfach mal ne das ist einfach nach ich muss jetzt hier erstmal bisschen durchfahren ich will unbedingt diesen scheiß scott sturm erstmal platt machen einheit verloren bitte was noch mehr der scheiß zack erstmal hat den kaputt ey wie viel zeug ist denn da man ist doch zu lol ok das ist ja mal extrem widerlich was die nicht uns alles hier wegbomben ohne scheiß ähm da ist er die haben ja gesagt wir sollen das ding übernehmen so wenn ich den aber vorschick bin ich wirklich auch am arsch ok das scott sturm wenn sie den äh ich habe leider kein flugfeld das ist ein bisschen doof äh das brauchen wir komposit panzerung brauchen wir auch nochmal nachschub wie sie halten mhm soweit ist es ja alles okay aber ich weiß nicht irgendwie habe ich trotzdem noch zu wenig leute zu wenig panzer fallen hier oben äh kommt man mit machen wir halt so einheit verloren was diese drecks dinge können meine dinger überfahren ok damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet dass die meine leute da rumfahren können weil es sind einfach nur kleine na gut sind autos ne klingt logisch dass die die dinger da kaputt machen können ähm ne achso scheiße falscher ach ne der typ ist tot gegangen ne fuck äh ich muss halt extrem schon wieder produzieren dass ich überhaupt oben an die dinge dran komme was ist denn hier passiert na keine ahnung ok wir müssen erstmal auf den ich habe so wenig kohle ne einheit verloren erstmal alle diese scheiß reparatur kacke ähm machen wird einmal so da oben haben wir schon mal was eine minute man na komm sehr gut das sind auf jeden fall eine geile kettenreaktion das finde ich schon mal gut aber trotzdem muss ich jetzt erstmal wieder warten bis überhaupt eine drohne also ah geil die drohne ist fertig oh shit egal normalerweise müsste das kettenreaktion geben dahin so den noch weg alter wie es dauert jetzt 1000 jahre bis ich da durchkomme aber solange das hat eine kettenreaktion ist es passt es schon oder auch nicht der ding ist es nicht so weit der sprengradius reicht nicht aus aber das ding ist kaputt gegangen sehr gut so als nächstes geht dann da drauf so schwer ist es eigentlich nicht ich müsste halt ich weiß halt nicht ob das überhaupt so relevant ist äh so jetzt erstmal da drauf sehr gut das ding ist fertig na komm mach das ding kaputt und der skatschum sollte eigentlich auch geschichte sein zumindest müsste er sich neu aufbauen ja feelings geschützt interessiert mich nicht meine reparatur passt noch das ding weg na komm das ist natürlich jetzt ungünstig dass dahin so viele skatschbacken stehen aber ich komme schon mal so weit und der skatschum ist weg jawohl von hinten ist es mir eigentlich relativ grad egal weil die können mich zwar von hinten scheiße ihr müsst weg ihr müsst weg ihr müsst sofort weg ja gut die halten super durch das finde ich eigentlich klassisch sind auch schon komplett hoch gelevelt ähm die zerstörung des ewg stützt kommt dahin hat oberste priorität sichern und schützen sie oder nicht sonst haben sie keine schaffe habe ich schon panzer nach produziert ja sehr gut ach egal ich wollte eigentlich was anderes produzieren so als nächstes kommen halt die dahin du wo sind sie denn da sind sie ja äh der scheiß tour muss behalten der turm muss heil bleiben Verstärkung ist eingetroffen sehr gut ist das meins ich weiß es nicht ob das doch scheint meins zu sein so ihr kommt weiter runter weil die möchte ich nämlich ganz gerne in die dinge reinhauen so meine dinge sind da als nächstes ich weiß nicht was der radiosende ist soll das der radiosende sein zivilgebäude scheint so naja nur gut dann ist es halt so oi 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 so du gehst da rein so ich hoffe mal dass die nächsten panzer sind schon am start ich werde meinen punkt dahin legen dass die überhaupt da erstmal ein bisschen hinkommen ähm die tomahawks möchte ich auch ganz gerne mit ziehen weil die sind auch nicht so schlecht so und dann ziehe ich mal alles nach vorne an normalen einheiten die dinge sind scheiße die braucht man nicht wir haben aber trotzdem genug kohle aber wir können trotzdem noch ein bisschen geld einnehmen indem wir hier noch ein bisschen was übernehmen euch nehmen wir mal da mit rein äh der kommandobot ist auch nicht so wild dass wir der dass der da überhaupt noch so rum steht so als nächstes nehmen wir jetzt erstmal noch ein paar Ölbottürme ein dass ich noch mehr kohle kriege so zack jetzt habe ich die wir zusammen gezogen ne scheiße zack zack hier geht da alle da rein sehr gut du bitte mal so ein ding wir stehen da schon hier bereit gut und ihr kommt mal mit sofort durch die gut unsere heilung ist auch gut das ist sehr gut ähm erstmal da drauf so als nächstes geht da drauf weil die scheiß Skatstellung sind halt die größten Pimmel überhaupt neben den scheiß normalen Bombardement Fahrzeugen also nehmen wir normalen Bombenautos so zack 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 geht das ding noch weg diese Kampfdrohnen die da oben sind die sind eigentlich gar nicht mal so äh schwach die sind echt brutal stark das muss man schon sagen ähm dam 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 also diese hellfeierdrohne da haben wir drei leute gehen dahin zwei leute gehen zu denen hin die machen das schon zwei gehen zu dem hin so sehr gut die sind am start hier kriegt nochmal eine hellfeier am start die können denn ein bisschen da was machen da müsste ich denn nochmal was machen ähm zwei gehen mal dahin nein und ihr geht mal zu dem ding am start ähm ich werde mal nachheilen so einheit verloren so ich hoffe mal dass das jetzt einigermaßen gut ist ihr kriegt noch eine hellfeier nach die gehen dahin da habe ich nochmal ein paar leute am start die geht dahin wieso das naja scheiße den bräuchte ich noch zack normalerweise müsste ich noch ein Sniper mehr mit haben um die dingens halt abwehren zu können diese scheiß fahrenden äh Tuckbomben dann wird es gehen normal normalerweise der normale soll Panzer sollte eigentlich auch schon rausreichen ja gut das passt auch schon ich könnte die theoretisch da oben auf die anhöhe stellen du komm mal mit du gehst mal da rein wir haben hier auf jeden fall ordentlich noch was am start da könnten wir noch was hinbringen und das scheint der Radiosender zu sein ich hoffe mal dass das der Radiosender ist weil dann zerstören wir ihn fix mal mit unserem bombardement mehr oder weniger bombardement was wir haben da haben wir keinen da haben wir keinen da haben wir ein paar Leute hier geht mal da einer geht mal da ran die Zerstörung des IBG Stützpunktes in diesem Sektor hat ja ist okay hier geht mal da ran fix wer macht das ähm hier kommt man nach vorne ich brauche euch mal oh komm weg du kriegst so eine Drohne so das Ding das Ding so der hat die Reparaturdrohne äh deswegen ist Sonnen immer noch nicht platt weil ich möchte da eigentlich auch keine äh anderen Sachen da irgendwie aufwenden zack ich gehst mal auf diesen Bereich zum Schützen und dann passt die gehen da drauf der geht da drauf sehr gut wir holen uns jetzt nochmal ein paar Panzer nach uiuiuiuiui und dann greifen wir mal weil so viel steht da nicht mehr das muss ich schon sagen so die halten da auf jeden Fall ganz gut ab die kommen von hier Stingestellung ich würde aber von hier aus ganz gerne reinfahren weil da haben wir nur eine noch einen so ein Scheißteil und das war's so das Ding ist auf jeden Fall mit am Start kann ich da Leute eigentlich reinschicken ich weiß es ehrlich gesagt nicht das war ganz schön das ist schon dass das ist für heute die eine die 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 Vielen Dank.